Geht leicht rechts vor, geht über rechts, dann zieht links raus, links geht nach rechts. Ich mach unten. Sauber. Bein noch. Keine Team Kütz. Dann sprecht euch ab oben unten. Perfekt, Leute. Gut. Geil. Geht ihr rechts wieder rüber? Ihr geht über rechts. Schiebt mit links nach rechts. Kommt nach rechts und den einen in euch drin finishen. Ich komm zum Abenteuer. Halt. Abenteuer. Wir kommen nach links nach dem Vaters. Schön. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Sehr, sehr schön, Alter. Nach rechts, rechts. Ah, f**k. Das war A-Fatis. Ah, schade. Ah, der ist kalt. Konzentriert euch der ganzen Block. Let's go. Wir wollen erst aus rechts pushen, glaube ich. Ihr geht wieder über rechts. Links zurück? Links nach rechts. Nach rechts. Nach rechts vor jetzt. Schiebt euch nach rechts. Schiebt euch nach rechts. Schiebt euch nach rechts. Genau. Geht über rechts. Okay, ich bin mit rechts. Die Runde laufen. A-Fatis, willkommen zu dir. A-Fatis nach hinten. Sehr schön. Sehr schön. A-Fatis nach rechts. Ah, nice. Jetzt ist es so gut aus heute. Los geht's. Let's go, Jungs. Wir gehen wieder nach rechts. Pass auf. Oh, Martin. Geht alle nach rechts, alle nach rechts. Nein, der war nach links. Und links durch. Komm, nach links, nach links, nach links, nach links, und nach links durch. Links vor. Willst du in die Mitte reinlaufen, Jungs? Ihr wird abgeschwalten. Nach rechts, nach rechts. Haltet auf, weil er kommt von Kato. Okay. 3 gegen 2. Pass auf den Links. Spür euch nicht auf. Vorsicht, Jungs. Schön. Schön. Nice. Einer oben, einer unten. Armfahrt einfach unten, weil da oben. Nice. Auf geht's. Go. Los geht's. Jetzt ist er wieder bei mir nochmal. So, ihr habt rechts pickt und über rechts. Alle über rechts. Ich komm nochmal. Ball, was ist der denn? Ja, nicht. Versuch nicht nochmal reinzusteppen. Nach rechts, komm, ich nach links. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Auf den einzelnen rechts. Der bei Martin. Hier gut. Die man's halt unterzahlen. Könnt ihr. Sauber. Nice. Sehr geil. Erst blocken. Erst blocken, danach doppeln. Bullshit. Nice, jetzt haben wir ihn. Bullshit. Blocken. Okay, los. Go, los geht's. Los geht's. Ich bin mal umgestellt. Ich bin gerade alleine. Wartet. Pick links. Über links. Alles klar, freut. Lass runter. So links ran. Den einen, der dann noch nicht ist. Jetzt finish die letzten beiden. Sauber weg. Sehr schön. Letzten noch flawless. Geil. Nein. Perfekt. Das Original. Auf geht's. Und hätten GF, ne? Dann. Los geht's, Leute. Konzentriert euch. Spielt ruhig. Achtet auf, wie wir mit sind. Bei Wirt. Wir sind ein bisschen zurück. Versuch nicht, ob wir den Pick zu machen. Rechts ist weg. Rechts gefallen. Über links, über links, über links. Über links, über links. Wir müssen ein nächstes probieren. Wir müssen ein nächstes probieren. Reiner hinter den. Oh, shit. Wir müssen ein gesamtes Weltbild an. Also, wir sind es. Let's go. Geh los. Oh, leu. Was? Rechts ist da einer down. Rechts ist da einer down. Nein, geht links. Ach, scheiße. Flasher. Nach links weiter. Links ist das links Flasher. Links weiter. Nächste Runde Flankswap. Mhm. Auf geht's. Los. Martin? Martin hat einen Time-Ord wahrscheinlich. Oh, crap. Halt weg. Falls es geht. Oh, scheiße. Ja, Martin hat einen Time-Ord. Äh, fangtchen. Geil. Okay, ähm. Ich würde die Gründe bitte ungewertet lassen. Äh, bbbb. Auf geht's. Wir müssen versuchen einfach zu halten. Haltet rechts. Pass auf, Side-Bloch. Ach, Reiter, Side-Bloch. Rechts weg, selbst. Pass auf, rechts. Links, Back-Steps. Bitte, pass auf, nach links zu kommen. Ah, egal. Auf geht's. Who are you? Pass auf, sie haben links einen Pick. Geht rechts vor, rechts vor. Die müssen sie da rechts. Pass auf, links irgendwie rauszukommen. Ist anyone there? Links ist down. So, jetzt. Na, dann, na, wir mal gucken, damit wir durchpushen können, oder nicht. Mit Kopf. So, nicht mehr in Kopf. Wir haben P. Rechts down. Geht nach links. Clasher halten. Halber, pass auf, Back-Steps gleich. Halt jetzt ja das Tobi-Mon. Einfach weiter, es geht, Clasher. So. Du kannst doppeln. Sehr schön, Clasher. Ihr müsst das jetzt da mal machen. Clasher kommt. So, Clasher. Achtung. Weiter halt. Komm, 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 komm. Clasher, wir kommen jetzt. Da kommt noch einer. 3 gegen 3. Ganz ruhig. Über links, über links, über links. Links vor der Bezüge. Blocken. Fahr. Okay, 1 gegen 2. Das war der erste Niederlage. Los. Rutsch mal ein bisschen mehr nach rechts, Jungs. Von links aus. Passt. Rechts ist first click. Ich gehe über links. Alle nach links, nach links, nach links. Rainer, halt erstmal. Fuck, Jungs. Sauber, Rainer. Oh, ihr seid da down. Scheiße. Was gerade passiert, Jungs? Ich komme. Wenn man sagt, ich, 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 da spielt noch jemand. Oh, schade, nice, feuer, Rainer. Sauber, runter. Ich spiele in der Regel passiv. Schau mal mal, ob ich da richtig... Ich bin in der Politik-Liga. Oh, fuck. Der Schaaf. Der Schaaf. Jungs, wir sind nach rechts. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Am Vater halten. Nach rechts durch. Am Map, Wann, 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 Wann. Sehr schön, Rainer. Das 1 gegen 1 halten. Das 1 gegen 2 halten. Komm da raus. Komm da raus. Schade. Sorry. So, 3 gegen 3. War gut genug. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich hol den rechts, den rechts. Sauber. Weiter rechts. Rainer hält. Bei, bei, ich mach oben. Sauber, Rainer. Sehr schön. Sehr geil. Sehr geil. Sehr geil. Weiter so. Auf geht's. Los. Rainer, ich bin minimal zu spät. So, ich bin da. Rainer, pass auf. Einmal versucht man Backstab, der Backstab geht über rechts. Los, Clasher. Ja, das ist voll. Hälfte Rainer. Hälfte Rainer. Und Ball walt ganz rechts aus. Backstab. Ach, du, Clasher, der Backstab. Zusammen. Ich mach oben. Ja. Clasher. Oh, hinter euch Backstab. Also, ob irgendwie zusammenzukommen. Schade. Ja, geht das nicht. Ich wurde gechambert und ich hab den Reacher mal nicht rausgekommen. Quick of the 2v1-Scenario in. Also, auch mit 10 bis Licks, wenn du da kurze Atemzeit hast. Go. Ganz ruhig. Stirb nicht, geh die Dumme da rein rein. Pass auf, Mitte. Achtung, Scully. Reichts down. Bye-bye. Lass mal hier irgendwie... ...git zu Rack. Sorry. Wie läuft das nicht, Jungs. Lass mal... Lass mal Sideswap machen. Ja. Ähm, ihr müsst mal mehr Augen dafür haben, für die Einzelnen, die einfach dumm rein... ...dann seid ihr schon automatisch einen oben. Aber nicht gegen den Sterben. Rechts wird eingedrückt. Pass auf. Geht rechts leicht zurück. Geht mal links vor. Alle nach links jetzt. Finish die links. Alle nach links. Alle nach links. Das Gotti nach links. Lass mal raus. Links. Komm nach links. Okay. So weiter links. Okay. Pass auf, Ballwald aushalten hinter dir. Wir haben Wetter halt. Zusammen. Wetter halt. Alles gut, ich kann Doppel blocken. Ich mach das. Den einen finishen. Und go. Wir haben geflankswabbed. Geht rechts wieder leicht vor. Geht nach links. Links vor jetzt. Links dran. Versuch rauszukommen. Scotty, geh backsteppen. Da hilft Ballwald. Nevermind. Ballwald, geh nach links auch. Scotty, hinter dir gleich. Ja. Ich bring noch einen mit. So regroupen da. In dem 2v2. Komm. Der backsteppt. Backsteppt, Wolfgar. Sauber. Hilf hinter dir, Wolfgar. Schön. So, sauber. Finish die. Nein. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Aber lass uns versuchen zu halten. So, rechts wieder einen. Geht rechts gleich raus. Weiter rechts. Sehr schön. Nein. Ich komme nach hinten. Geht nach rechts. Nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Links raus. Ja, aber gut, gut. Ich komme nach hinten. Ich komme nach hinten. Ich komme nach hinten. Ja. Das zusammen. Schade. Okay. Ganz ruhig. Hot. Oh. Falsche Nachricht. Ahemfahrt das Zeug. Ja, sorry. Der eine war. Ist gelöscht. Konzentriert euch. Ihr habt es. Jetzt raten wir bitte nicht, ne? Jo Wartet noch ab, blocken Rechts gleich raus, jetzt geht links zu Komm links rein, da rein, links rein Und rechts stirbt keiner Nach links weiter, links 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 Weiter links, findest du die einzelnen in eurer Formation drin Die einzelnen hinten, gut Ich halte den einen hier Los, und los Macht euch ja keinen Druck Rechts gleich raus Vorsicht, die wird eingekreist, geht über rechts raus Über rechts, über rechts Nicht paniken Haltet die Überzahl, so macht das 2 vs 1 da schnell Versucht den Backstep zu kriegen Zusammen Über rechts Bleib zusammen Bleib bei einer armen Vaters Das hier von der Wand weg Pass auf, mein war rechts Vorsicht Schade Gruppe Afluss GF 15 0 gegen die Rheinische Garde, das Nummer 13 4 zu 5 gegen das 2 LH Gruppe BG Nummer 15 0 gegen das 5 Picker, das A Nummer 1 Gm 1 5 zu 1 gegen das KKi Nummer 59 Das Original Keine Runde verliert Ihr spielt das so safe wie es nur geht Ich lasse blocken vergessen Geht mal links leicht raus, schiebt links mehr nach rechts und schiebt euch rechts ein bisschen vor Jetzt rechts die einzelnen finishen und über rechts pushen Weiter rechts Was auf Reiner nicht so weit rein pushen Was auf Reiner nicht so weit rein pushen Was auf Reiner nicht so weit rein pushen Was auf Reiner kann noch einer Achso, ja, kann ich eh nichts gegen machen Aber wenn du dich jetzt umdreht, kannst du doch aufs Anbruch holen Okay, am Employee Das ist das sechste RIR Ey, go was Eh, go where where Wir sollten die letzte Go 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 So go go, Trance war unsere Altmann So rechts drücken, gehalten Rechts drücken, gehalten Der rechts, rechts 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 und rechts ruf Links hält Einkesseln Locken Die Web suchen drum rein zu rennen Was das gibt's nicht? Den wollen wir wollen halten Mach den da hinten, jetzt kommt Oh, ich mach oben Ich werde oben Der hat gecheppert, lol Und los Wir haben jetzt einfach vier Admins, die auf uns gucken Das ist egal Alles klar, alles klar Wir können links durchdrücken dann Haltet rechts Bocken, Jungs Links Rechts ist gefallen Nach rechts Nach rechts Ihr habt das Wollt ihr einen rechts Wieder nach links Nach links Nach links Helft euch, spielt zusammen Ihr seid das Team Zitzen Wieder nach Ah, schwierig Okay Äh Sprechst du? Sprechst du? Ja 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 ja, ich hab' Ah scheiße Okay, noch mal Ich bin Paul Wollt Ich bin Paul Wollt Ich bin Paul Wollt 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 Wartet rechts Rechts nicht rein Geht rechts raus, geht über links nach links 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 nicht gegen die wand drücken jetzt durch links weiter links reiner versuchte damit zu kommen halt post 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 wartet auf beiden flanken wartet bis die was machen sieht man rechts leicht raus dass sie die chance haben aus der ecke raus zu kommen geht auf die rechts alle nach rechts nach rechts rechts weiter finishen weiter über rechts wenn es der einzelnen hinter euch sehr schön weiter und ja klar ist was anders jetzt konzentrieren bitte wartet rechts wieder mit mal rechts wieder zurück links ein bisschen vor noch nicht rein nur ein bisschen vor rotiert einfach mal so weiter links ein ticken vor rechts weiter zurück bis ihr irgendwo den first picktab weil die dumm weil die sehr schön und über links aber nach links immer noch schön jetzt links nicht sterben aber da war der einzelne der in euch rein ihr seid ihr seid in der überzahl ausgeglichen wenn es den einzelnen achtung hinter euch einer versuchte und den nächsten einzelnen ich komme zu dir damit wir dafür können ich mache nach oben wir sind nicht der beste einfach meint wartet ab natürlich nicht immer noch wir haben Am Ende schafft es das LUS-GF sich als klarer Sieger heraus zu kristallisieren.